Ich sollte für die Aufnahme vielleicht recht nicht den Namen benutzen, oder? Digga, einfach einen Balken drüber setzen. Wie in dem Video von Dame. Genau, genau. Yo, servus, Leute. Ich bin der Euruskorn. Willkommen zu einer neuen Runde. Fortnite, der ersten Runde Fortnite. Die Namen einfach ignorieren. Ich bin zu faul, die wegzumachen jetzt. Digga, wir sehen uns dann gleich in der Runde. Ach, ich kann nicht schlüpfen. Jetzt. Jetzt No Shit of Scrooge. Chillig, Bruder, chillig. Hi, mich kennt man ja schon. Hallo. Sie kennen mich noch nicht. Das ist eine schöne Vorstellung, wenn man Hallo sagen kann. So, auf sollten wir landen. Jungle Junction. Yeah. Yeah. Schnapp, springen, komm. Dein Ernst? Dann wird aber mal an der Werbung. Vielleicht auch in Bewerbung. Ich bin viel zu weit nach unten, du. Oh fuck, ich werde da niemand ankommen. Ich habe schon ganz oben den Fall schon aufgemacht. Natürlich. Frank Jenkins ist ja der Hauptlandeplatz von uns. LeRoy Jenkins. LeRoy Jenkins. Genau, genau. Wait, bist du denn überhaupt? Oh fuck, geht's weit unten. Ich werde das schaffen. Ja, denkst du? Ja. Setz mir jetzt eine Challenge. Weißt du kannst es schaffen, schalalalala. 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 Ich kenne den Text gar nicht. Was ist das für ein Lied? Der Text überhaupt nicht. Der. Der Pleasant Park. Hey Marcel, sollen wir mal was erzählen, was noch keiner andere erzählt hat? Heute ist ja Valentinstag. Wo verbringst du deinen Valentinstag? Ich verbringe ihn in den. Ich finde es nicht. Lonely Lodge. Ah. Der war lustig, oder? Ich weiß nicht, ob ich auf die Piñata komme. Das könnte knapp werden. Warum gehst du immer in den Piñata? Ja, 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 ja. Alter, das ist perfekt. Oh, hier bin ich perfekt gelandet. So, ist hier irgendwo eine Waffe, wo ich drauf gehen will gleich? Nee, aber hier ist ein Droh, da gehe ich jetzt dann drauf. So viel zu, du willst das niemals schaffen. Ja, Digga, das war halt schon knapp, ne? War es halt nicht. Er sagt zwar halt noch selbst so. Ja, ich kann das nicht abschätzen. Ich bin neu in dem Spiel. Übrigens, wir sind beide gar nicht so gut in dem Spiel. Nee, wir sind doch relativ neu in dem Spiel. Ich glaube, wir haben insgesamt um die 15 Stunden. Ja. Wir sind halt wirklich nicht so gut. Echt nicht gut. Aber dass wir uns teilweise so gut halten, ist auch schon... Ja, wir sind immer... Also, wir sind irgendwie immer in den Club 12. Obwohl, der erste Gegner... Nee, meistens sehen uns... Sie sind f***, aber... Pff, okay. Wir müssen... Alter, wir müssen weit laufen, holy shit. Ja, lass uns doch wenigstens die Truhen looten. Ja, ja. Dann gehen wir direkt los. Ich habe einen mittleren Schilddrang für mich, damit ich auf 100% Schild bekomme. Weil ich so einen Pro bin. Hm? Nix. Da hast übrigens noch einen Schilddrang, einen mittleren. Kannst du dir dann gleich snaggen? Kann ich gut brauchen. Soll ich dir den holen? Leipa? Nee, ich hab schon einen. Da hast du aber 100%? Ja, dann hab ich 100%. Das ist schon ein... Also, hast du jetzt noch einen, oder ist das... Also, nee, ich kann einfach noch einen mitnehmen, so. Ja, klar. Ich habe immer mal einen mitgenommen. Für dich? Chillig. Und nein, ich bin gar nicht so gut ein Sniper, aber... Ich... Ich mach's lieber als er, also... Ich nehme mich immer die Sniper. Ich habe immer beschissen, wenn du ein Sniper bist. Ich bin schlechter. Okay, dann lass los. Hast du mal gelootet? Ja, so weit. Ich nehme noch eine Minute Zeit. Ich muss schon ein bisschen rennen. Der Aufnahme sieht gerade ein bisschen laggy aus, aber das sollte nur sein, weil es gerade eine Aufnahme ist. Hoffe ich. Ich weiß nicht, wie viele Runden wir machen. Es kommt drauf an, wie lange wir überleben. Also, werden es wahrscheinlich 19 sein. Kann nur sein, dass es nur diese eine ist und wir gewinnen wollen. Endlich. 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 Nach 300 Stunden. Ich bin Level 13 und im Erstlevel... Welches Level bist du? 43 oder so. Ja, natürlich. Bei ihm muss dabei gesagt sein, er hatte noch einen Untermieter auf seinem Account, der eigentlich die meiste Spielzeit gemacht hat. Und die ganzen Skins gekauft hat. Und dann hat er ihn einfach... Ehemannhaft einfach... Rausgekickt aus dem Account. Ja. Wenn er mich einmal aus meinem Spiel rauskickt, Alter, der wird direkt gebannt. Weil... Weil du bist natürlich Fortnite. Du kannst es entscheiden, wer gebannt wird. Oh. Wir laufen halt straight auf dem Loot Lake zu. Ja, wir... Ich... Ich will auch ein bisschen raus und versuchen, mir dran vorbeizukommen irgendwie. Es wird nicht klappen, aber wir können es versuchen. Wirklich sind daher. Mal gucken. Okay, hier ist schon noch niemand wirklich gewesen. Also... Ah doch, hier waren Leute, aber... Sind glaube ich weg. Dann haben wir... Dort. Ah. Nice. Doch, da... Oh. Jeje. Erbauen die da gerade? Ich hab jetzt halt nichts gesehen. Nee, ich glaub nicht. Also die haben da auf jeden Fall halt... Hat da halt gerade jemand gebaut gehabt, aber ich glaube, das ist weg. Was ist legendäres? Legendary. Jetzt hab ich aber welche... Ver... 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 Und so. Was ist das? Da warst du nur eine Milik... Da warst du nur eine Sniper. Wenn... Du du bist halt gerade mitten über die offene Straße. Was? Das ist nicht gut bei unserem Skill-Level. Fuck life, Digga. Fuck life. Wir sind schon wieder unter den letzten 44 Leuten. Nichts getan. Ja. So ist... So ist bei uns immer. Wir machen die ganze Runde gar nichts und dann... Wir haben ja am Ende. Ja. Ich verstehe die Leute nicht, die sofort am... Amgen sterben. Wenn die halt alle... Runterspringen, das sind halt richtig Idioten so. Wollten die wahrscheinlich die spannenderen Videos machen. Wir laufen jetzt wieder seit ne... Acht Minuten. Ja. Ja, wir könnten mal ein bisschen Spannung reinbringen. Cut! 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 Ich werde das nicht cutten. Look at that body. Ah, go look at that body. Go look at that body. Oh, Leute. Ich komme mir wieder an, falls du dich hörst. Come look at that body. Opfer! Jetzt muss ich bauen. Oh, oh, ich seh's. Von wo? Von wo, Bruder? Da oben auf den Berg. Sie müssen... Sie müssen zu uns kommen, Felix. Bounce. Klammer? Pass auf. Hast du das? Ja. Hast du das gerade? Wir müssen zu denen kommen, oder? Oh, von hinter uns, hinter uns, oh, 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 das... Hallo, motherf***er. Ja. Woo, Fortnite, yeah! Oh, du Sack, Digga. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Lass mal Tilted Towers gehen. Ja, cool, cool. Und... Sprung! Warum machen wir das? Marcel, warum? Warum nicht? Wir können uns auch erstmal acquippen. Alter, wie viele nehmen wir runterfliegen? Alter, das ist die halbe... Das sind alle. Alter! Nein, nein, nein. Wir drehen um, Alter. Ich drehe jetzt um. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Wir gehen da runter, da. Wer überdreht der... Nein, da geht auch jemand hin. Wir gehen da hin. Wir gehen da hin, das einzelne Haus. Wir haben zuhause haben, oh, die schütteln. Und wir quippen uns jetzt hier in dem Haus komplett. Scheiße, fliegt zuhause haben. Ich konnte eh nicht mehr hinkommen. Ich laufe hin. Ich bin noch ein bisschen hingefroben. Jetzt wenigstens eine Waffe. Ja, gut. Holy shit, Alter, die Insekten. Ich so, hä, hier sind gar nicht so viele. Auf einmal so 20 Leute neben mir runter. Digger. Er sagt nur, ja, da geht auch ein bisschen Action. Das ist alle da. So, okay, nee, wir machen es nicht. Ja, die sehen einfach die Map nur als Tilted Towers. Da gibt es auch ein Mem. Ich... Wir müssen wissen, Marcel und ich, wir reden nur noch über Memes. Aber wir sagen uns gegenseitig gar nicht, dass es so... so... so Memes sind, sondern wir wollen nur, dass es... so unsere Witze sind. Dann ist es mir richtig kacke, wenn der... der andere das Mem kennt. Also, ich hab ne grüne Shotgun. Oh, ich hab nur ne MP. Wer sagt er? Also, wenn wir noch mehr Videos machen sollen, press den Like-Button. Und jetzt subscriben. Ja, jetzt subscriben. Link in der Beschreibung zu meinem Kanal, weil das... abonniert aber auch Ahoy Genkidama. Alles klar, Fortnite. Ist da wer? Fick ihn. Ich mach das. Hä? Help me. Help me. Nigga. Der hatte Waffe, der hatte Waffe, der hatte Waffe. Ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ah, Marcel! Ich hab kein Muniz. Ich hab keine Muniz mehr. Marcel. Ah, dir. Ich muss Muniz holen, ich muss Muniz holen. Ist der tot? Ja. Eat this game of your life. Holy shit, der Arme. Ja, so spielen Pros. Ja. Ja, wir sollten... Wir gehen jetzt auf Action, Guy. Ja, Mann. Ich hab jetzt jemanden getötet, der hatte zwar keine Chance, aber wir gehen jetzt auf Action. Oh, nee, das ist wieder Loot Lake. Oh, oh, mm, 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 mm. Wo? Noch? Wo? Ah, ja, da hinten. Was wir auch gesehen haben. Ja, das wäre echt traurig, wenn er das nicht gesehen hätte. Wir schneiden ihm den Weg ab. Bauen wir zum Skill, mir eine richtig gute Idee. Er von hinter uns, oder? Ah, nee, da ist er. Ist er das? Oh, mein AIM ist so krank schlecht. Ich bin tot. Alter, mein AIM ist so krank schlecht. Ja, ich bin tot. Oh, mein Gott, das ist schlecht. Nein! Ja, Digga, als ob die jetzt zu zweit waren. Ich hab da halt nur einen gesehen, Mann. Na, nächst nur. Noch eine Runde machen wir. Sollen wir in die Lonely Lods? Marcelle. Sollen wir in die Lonely Lods? Könnten. Ich will nämlich eigentlich gar nicht so viel Action. Ich hab gar nicht so viel Bock drauf. Am Anfang. Na gut, dann gehen wir in die Lonely Lods. Weil wir so Lonely sind. Lonely. I am so Lonely. Ja, da. Hey, babe. Juhu. Fettensalat. Geil. Und ein Montesnack, aber ich weiß nicht, was ich davon mit erstes habe. Moin, moin! Moin, moin! Ich hab mir Angst. Danke. Das macht das schon seit Generationen. Das kommt so in die Aufnahme. Daraus besteht einfach die Aufnahme. Weißt du, so zwei Sekunden und ich... Und das Video, oh mein Gott, Monte in Fortnite getroffen. Aber nur mit Smilies. Du musst jetzt einfach nur so... Lach, lach. Äh, Felix. Ja. Mit Stopp. Witch. Na, danke man. Moment. Na, vor allem, da waren die falsche Madronen, oder? Die wollte ich dir gar nicht geben. Kommt zurück. Okay, let's go. Let's go. Uh, blaue Pistole. Ich mag Pistolen nicht. Ich liebe Grauchgranaten, Alter. Grauchgranaten. Grauch. Grauchgranaten. Die Untergauchgranaten. Oh, blaue Stungewehr, ich ficke. Ja, genau. Das ist die normale Reaktion. Ich ficke. Ich ficke. Ich hoffe, jetzt ist hier keiner und fickt mich. Warum ist keiner beim Lonely Lodge, Mann? Hier geht's frei. Oh, fuck, die war doch einer. Wo ist er, wo ist er? Oh, du bist ein Tod? Ich glaub, da ist ein... Ich glaub, da ist ein Kumpel, ja. Oh, ihr habt ihr angeschossen? Er hat einen Trostbau. Ich kann nicht schießen. Ich hab ihn. Uh. Warum hab ich nicht mehr geschossen irgendwann? Weiß ich auch nicht. Ja, ich seh's. Egal, macht doch noch auffälliger so. Ich hab ihn mal knapp... Nee, ja, wir nicht knapp genug. Er sieht uns. Okay, fuck it. Jetzt schießt doch. Ah, dann. Ab ihn. Oh, nice. Okay, hat er auf jeden Fall kein Mate. Bist du dir sicher? Der Storben. Ach, stimmt. Okay, der Sniper. Du den... Die Ambus dann. Nee, brauche ich nicht. Dann mach ich... Pistola mal... Für... Schoddy. Pumke. Also kann ich hier doch mitnehmen. Sonst... Ich laufe es gerade aus der Zone weg, ne? Was? Oh, fuck. Wo kam das? Von Berg, von Berg, von Berg. Komm du doch auch zu mir in die Nähe. Smoky, Smoky, Smoky. Komm, Digga, jetzt komm doch her. Ich laufe doch. Kommt, nee, der ist mir noch auf dem Berg. Der kommt noch nicht runter, der kommt noch nicht runter, der kommt noch nicht runter. Yo. Und nun sehen wir... Der Ficker. Mir fällt ein Salatbrett auf meine Tastatur. Natürlich. Jawoll. Okay, der dreht sofort um. Er hat noch einen Nade, er hat noch einen Nade, das ist nicht gut. Wie er nur sein Köpfchen zeigt. Ja. Er kommt. Ich will aber trotzdem sagen, das wäre es dann für diese Aufnahme. Habt noch einen schönen Tag. Wollt ihr noch was sagen? Lasst einen Kommentar, wenn es das Video gefallen hat und wenn ihr wollt, dass es mehr kommt. Sophia. Alles klar. Ciao.